Ähm... Oh! Ja. Jetzt... Hat's Blob gemacht, glaub ich. Ja. Ja, der ist runtergefallen. Oh! Scheiße! Wenner hat's erwischt? Wenner natürlich, ey. Aber die Rabe, die kriegt's immer ab. Da unten ist jemand. Leute, ich versick' den Kopf aus. Zack, einer. Weniger. Leider mit Stuff. Da kommt's. Ey, das hat mich getroffen. What the fuck? Du kannst es schlagen, aber... Oh mein Gott, ich bin... Oh. Ähm... Ist das Kevin? Das ist Kevin, ja. Ich hab Kevin mitgenommen. Ah. Oh shit! Haha, ein bisschen Leichenständung hier. Ja, der letzte Lacht, Junge. Was? Ja, Alter. Komm, Junge, beweg dich. Da steht er drauf. Ich hör's doch. Guck mal, der wabbelt noch so komisch. Der wabbelt noch, der lebt noch. So. So, jetzt schlag ich das Ding kaputt. Ja, stimmt. Ich schlag das noch nicht. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich geh da nicht rein. Was? Warte mal. Warte mal, warte mal. Was, Alter, hab ich gekicht? Die Sache ist, weißt du, wo es hin zum Schiff zurück geht? Du wammelst noch. Er lebt noch. Okay, ich glaub, ich glaub scheiße. Jetzt muss er alles nehmen und zum Schiff zurück, ansonsten sind wir los. Okay, Arthur ist sauer. Er scheint mein Geschenk wieder anzunehmen. Ich hab doch keinen Plan von den Scheiß. Okay. Alter, das meinte ich nicht, das ist ein komisches Vieh mit Stacheln auf dem Rücken. Mit was? Mit Stacheln auf dem Rücken. Hier ist eine Mine, wie bist du durchgekommen? Ich bin an der Seite lang gelaufen und drüber gesprungen. Und schnell. Okay. Ah jo. Das wie ich mit den Stacheln solltest du übrigens nicht zu lange angucken. Okay. Also du darfst dir nicht aus dem Blick bei ihm, du darfst dir nicht deinen Nacken zeigen. Wenn du deinen Nacken zeigst, bist du tot. Ich stehe da lang. Ach, was mach ich? Ich hab keine Taschenlampe. Ich hab auch keine Taschenlampe. Und wir haben jetzt noch bis gleich gar kein Licht mehr. Ich komm hier nicht lang. Hallo? Wo kommst du nicht lang? Hier. Ja, ja, ich weiß, Kevin, aber... Ich hab eine Lichtwelle mitgebracht. Ja. Ich stehe hier vor einer Mino und Melina muss da noch irgendwie dran vorbeikommen. Oh. Oh. Brecken. Brecken. This is the worst. Oh. Hahaha. Hahaha. Scheiße. Also müssen wir Jump'n'Run machen oder was? Ja, müssen wir scheinbar. Egal, ich bin dir gut. Pass auf. Hahaha. Ich bin gut, sagt sie. Und springt da heiß-kalt runter. Wie so'n Stein. Schaffst du? Klar. Ähm. Alles gut. Hinter dir, Arthur, nach oben. Ist, äh, gerade kein gutes King. Brecken. Brecken ist da. Nein. Nein. Frisch jetzt. Mahlzeit, Chef. Der andere ist tot. Der man. forgot. Ich bin quickest.